Es war halt einfach so ein Engagement in einer Villa draussen an Zug. Ein Jubiläumsfest, irgend so Leute, die viel Kohlen und wenig Freude haben. Ich musste ein paar Gedichte lesen, schön und postmodern. Dann hat ein Quartett gespielt, auch schön, aber klassisch. Dann hatte es ein Buffet. Und alle haben etwas geredet, etwas gegessen und getrunken. Und ich habe etwas Weissen genommen und habe niemand richtig gekannt und nicht gewusst, was zu sprechen. Dann habe ich eine von der Musik-Violinistin, die mir aufgefallen ist, die mir noch so gefallen hat, hoffentlich gefragt, ob sie auch ein Glas Weissen nehme. Sie hat Merci gesagt. Ich bin etwas euphorisch geworden, wahrscheinlich wegen mir. Und habe an der Violinistin gesagt, solche Anlässe mit solchen Leuten seien das Hinterletzte, vor allem für uns Künstler, das sei Psychoterror. Aber wegen dem Stutz muss man manchmal auch solche Jobs machen, muss man sich verkaufen an irgendeine Kulturpanne aus ihnen. Und ich gehe jetzt einfach meine Gage holen, und dann gehe ich in die Stadt und nehme dort noch ein Glas, und ob sie nicht lieber auch mitkommen will. Aber sie sagte, sie könne nicht. Sie müsste noch helfen aufräumen. Weil die, die das Fest durchführen, das sei neben ihre Eltern. Und ich so wieder這樣子 wird. Und ich Sie nicht wieder. Und ich sehe alles neben mir. Eins Marianne mit Come Allee, Auf 1chemion. Aber ich sage dir so, dass Leute so gerne, bzw. das sind ja? Nach тебяblicaten 14 Jahrejus המutsche. Vielen Dank.